So, hier sind wir jetzt in einem Club Superior Zimmer im Lemeridien in Dubai mit einem etwas größeren Badezimmer, also mit mehr Platz dann. Und auch hier im Hauptbereich dann richtig schön viel Platz. Hier dann auch wieder das große Bett. Schönen Flachbildschirm, Sitzecke. Und auch der Balkon ist um einiges größer wie in den Standardzimmern. Das zeige ich euch noch schnell. So, also hier ist dann auch mehr Platz und natürlich auch wieder ein super Blick.